Naja, wenn der Typ jetzt überlebt, kriege ich einen neuen Soldaten, der ja ziemlich hohes Level hat. Sollte das Ganze so ein bisschen ausgleichen. Oh scheiße. So falsch, ne? Sollte das Ganze so ein bisschen weggeheuert, dann wird die Naja, das Ganze so ein bisschen weggeheuert. Sollte das Ganze so ein bisschen weggeheuert. Knifell, Strait 1. Opposition ist in der Tat zu dir. Repel, Hostiles sind Sie auf der Tatang. Boah, what the fuck? Oh, scheiße. 92% Gogo, das schaffst du aber jetzt. Das täuscht mich nicht. Oh nein, das tut so weh. 291%, wie kann das denn schiefgehen? Alter. Ah. Erzähl mir mal, wie das schiefgehen kann, bitte. Oh, der wird sterben. Oh nein, die wird auch sterben. Wie kannst du denn daneben schießen mit 91% Trefferwahrscheinlichkeit? Ey, wie viel brauchst du noch? Du hast ein Scharfschützengewehr. Was macht der Typ da? Der schießt dich jetzt tot. Was macht der? Poison. Oh nein. Der... What? Der panikt auch noch. Oh Gott. Diese Mission ist ein Desaster. Kriegst du ihn jetzt totgeschossen, bitte? Gott. Hurraat. Ja, Hurra, toll. Trottelkind, ey. Ich muss jetzt den erschießen, weil sonst stirbt mein Typ. Ultima, go, go. Oh, scheiße. 42% ist gar nichts. Was? Oh, dammit. Mist. Nice. Warte. Der Typ stirbt mir gleich. Oh, wieso panikt der schon wieder? Ey Junge, bleibt doch einfach stehen. Ich raste aus, ey. Ich hab zu viel. Ich krieg jetzt zu viel hier. Oh Junge, ich renne jetzt da rein und schieß dich über den Haufen, ey. Mach's jetzt einfach. Oh Gott. Oh Gott. Alter, der Typ muss jetzt laufen. Das ist genau das Problem. Der Typ muss jetzt laufen vor der... Das gibt's nicht. Der ist nur noch im Panik. Das ist nur noch im Internet. Der Typ muss jetztletsen suhlen. Der Typ muss jetzt nehmen. Der Typ muss jetzt laufen. Noo! Noo! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott!